So, ich bin jetzt noch mal kurz am Munition sammeln. Danke, Nächster! Ich schieße ihn auf dich, wo bist du überhaupt? Das ist wohl nicht mein Tag! Ich sterbe, damit die Familie leben kann! Ja, gute Idee. Ich werde nicht einfach so gehen! Vielleicht auch keiner. So! Das ist doch nur Munition! Okay. Tja, leider geschlossen. Okay, ich hatte gehofft, hier eigentlich mehr Munition zu finden. Ein bisschen was finde ich hier, oder? Doch! Ja! Bist du rum?! Sieh noch? Hier gibt es ja auch noch was! Da und jetzt noch was auch. Okay, das ist doch keine Banane. Ich dachte gerade, was machen die Banane da oben? Okay, ich dachte, vielleicht kann man hier irgendwas noch anschießen oder entdecken. Aber scheinbar ist hier nix. Hier ist noch eine Garage auch nochmal. Okay, einmal versuche ich es jetzt noch und wenn nicht, dann gehe ich erst mal mal anders hin. Finden wir heraus, wer mehr Badass ist. Sekunde, hatte ich nicht eben noch eine Limit? Achso. Hätte ich gewechselt? Ach, den grünen Schaden. Der müsste nämlich gegen Schilde sein. Okay, das ist hart. Ach, schade, dass der so schnell weg ist, Mann. Ich bin nicht verknüpft. Oh. Ja. Genau. Ich bin nicht aus. Oh. Das war's. Und ich bin tot. Neue Stärke. Genau das habe ich gebraucht. Schade eigentlich. Viel Glück im nächsten Leben. Hier rüber, ihr Hackfressen! Das klappt auch nicht, schade. Wenigstens habe ich ihn diesmal wieder auf. Shit losgekriegt. Was will heiß? Ich glaube ich versuche es nochmal. Schade. Reddy! Loser! Loser! Mach es bereit für die Fälle! Stimmt! Ich schalte Kammer-Dieber aus! Scheiß hier! Schau! Wo ist die andere Waffe? Strengt euch doch wenigstens an. Oh, 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 oh. Das ist eine Belohnung. 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 Das könnte klappen. Das ist eine Belohnung. 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 Geh' dir, Mebner! Stopp, Tyreen! Geh' dir bald für die Spredingskater! Schön, dass du eine Autotür als Schild hast. Aber egal. Wusste ich ja schon. Aber ich wollte nicht zu Moxies. Was da rum zum Moxie? Baue es da ein, Schätzchen. Da. Ey, ja. 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 Na klar. Du weißt wirklich, wie man ein Mädchen vor Publikum glücklich macht, Schätzchen. Du kannst gern jederzeit wieder mein Champion sein. Ich weiß, dass diese Galaxie alles andere als zivilisiert ist. Ich kann nicht jeden umbringen, der sein Maul zu weit aufreißt oder mich nicht respektiert. Das stimmt. Aber ich kann's versuchen. Das stimmt auch. Wunderbar. Ja. Ich glaub, sie mag ihn wirklich nicht. So. Was hab' ich denn hier jetzt noch? Den Kloakenknast, würde ich ihm dann. Lebenswerk. Lebenswerk. Wunderbar. Und technisches Knockout. Warum guck ich eigentlich nicht auf der Karte, wo die jetzt alle sind? Und da muss ich für weg. Hierfür muss ich... dorthin. Wo ich noch nicht war. Da geh ich dann hin. Ja. Irgendwie muss ich... Äh... Mal kurz was gucken. Bin ich da echt in dem Nebenausgang rausgekommen, oder? Wanns to bang aber so? Bin ich da echt in dem Nebenausgang rausgekommen, oder? Ich will da auch irgendwo... Bestimmt, hier drin war das Nebentor. Ja, da bin ich rausgekommen. Okay. Gut. Dann kann ich ja jetzt ganz entspannt den Weg suchen nach da unten. Nehm ich hier längst weg. Ne, ich bin wieder zu Moxis, da komme ich nicht hinten raus. So, durch die Nebengänge hier und... ...irgendwie in diese Richtung. Bestimmt, ich kann... ...die Waffe wieder austauschen gegen... ...die da. Seht ihr meine Zerner an? Ich hab meine Fosaune gepflanzt und sie vor... Ich mag zittern! Meine Sehnen, das beendet! In meinem Lager, liebe mein Wunsch! Er wohnt, es war uns leer! Ich werde mich trotzdem töten! Kommt schon, Schlappschwänze! Halt! Ich wollte euch doch... Was? War das schon alles? Ich sterbe! Damit die Familie leben kann! Aber ich gucke... Ich werde mich nicht allein... ...wenn ich nicht allein... Okay. Gut, ich wollte... ...lebensbereit. Kann ich hier vielleicht runterspringen? Wo nichts runterspringen ist? Ich hab das mit recht! Ich bin nicht wütend! Allein ich bin nicht wütend. Ich bin nicht wütend! Jetzt hab ich meinen Fuß! Komm ich hier durch? Ich muss echt mal auf der Karte gucken, wie ich jetzt da hinkomme. Okay, ich muss hier hinten, dann kann ich mir einen Wegpunkt setzen. Da ja. Über den da hinten komme ich da runter. Ich würde mir auch ein Auto holen, aber... Ich hab hier noch keinen Catch-A-Ride gesehen. Ah, nur Respawn. Ich dachte gerade, was macht da für die Geräusche? Ja. Schnitzel, wer ist mir? Bäm! Ich bin nicht weg! Ich bin nicht weg! Ich bin nicht weg! Gut! Also muss ich hier durch, ja? Dann die Treppe runter. Lauf ich schon wieder falsch? Ich lauf schon wieder falsch. Was ist hier hin? Wenn ich jetzt recht richtige Tiefe... Ja, und dann muss ich dann noch weiter rein. Okay. Ich höre hier. Hier bin ich vorhin recht direkt wieder raus. Also, wie muss ich hier weiter? Wir wissen, dass du da eine Geisel drin hast. Und wir wollen was vom Lösegeld abhaben. Jetzt mach auf! Ja, Mann! Kommt auf diese Reibemickel! Ich schaff die Quoten nicht! Danke, dass du die Copboards ausgeschaltet hast! Wer du auch bist! Bist du wegen des Austauschs hier? Rede mit mir! Okay, das ist der Deal. Ich halte eine Atlas-Soldatin als Geisel. Aber ich lasse sie gehen, wenn du mein Mädchen Blödschein befreist. Die Copboards haben sie geschnappt und in einem blöden Gefängnis eingesperrt! Okay. Und raus. Und verarsch mich nicht! Wenn du mich verarschst, töte ich die Geisel und mich selbst und eine Menge andere Leute! Denn ich bin verliebt! Und irre! Eine gute Kombination! Ja! Das war meine Fragen! Ja! Nähere mich dem Copboard-Hauptquartier! Jetzt such einen Weg rein und erschmettere die Copboards! Befrei dann, mein Baby, Blödschein! Okay! Ah! Was willst du dann raus? Was soll das werden? Ja! Hier passieren gleich einige Morde! Ja, einfach nur durch! Oh! Oh! Du Held! Hast du die Copboards ausgelöscht? Ein Blattschein, was passiert, tötte ich deine Familie! Und einen alten Mann, den ich kenne, der ein Erdhörnchen als Hostie hat! Und das Erdhörnchen! Denn ich bin verliebt! Nein, geh nicht hinterher! Dann geh ich eben im Jenseitsstreifen! Ja, mach das! Ah! Voll aufs Fressbrett! War das zu viel für dich? Nichts, aber hab' gefeuert! Ja! Was ist das? Gefeuert! Das wollt ihr nicht! Wurde auf Zeit! Hey, hallo! T-Head, Baby! Hast du jemanden geschickt, um mich zu retten? Ich bin hier! Oh, ja. Ich sehe da aber nichts. Jetzt sehe ich aus. Ein Kammerdief? Plottschein steht nicht auf Kammerjäger, nur auf die KDK! Ich werde Terui in deine Milz bringen! Hast du meinen Plottschein gefunden? Das Licht meines Lebens? Den Tumor in meinem Auge? Kann man so sagen. Kann man so sagen. Ihr Herz gehört nur dir. Ja. Gut, bring sie zu mir! Dann tauschen wir die Gefangenen! Wenn Tumor-Head mitkriegt, dass du Blottschein getötet hast, bin ich dran! Ich habe eine Idee. Schnapp dir ihre Maske! Tumor-Head sieht extrem schlecht. Ich nehme an, das liegt am Tumor. Vielleicht können wir sie reinlegen. Wir sehen uns im Versteck. Okay. Hey! Mach dir nichts aus Blottschein! Die zwei sind verliebt! Ins Morden Unschuldiger! Es sind Monster! Außerdem sind öffentliche Liebesbekundungen ekelhaft! Im Ernst! Werdet erwachsen! Das will doch niemand sehen! Ich habe es schon wieder geschafft, den Weg nicht zu nehmen, ne? Mach doch hier mein großes Schild dran! Naja. Eine U-Bahn oder so. In eine andere Richtung. Blottschein! Schaaatz! Bist du hier? Ich rieche dich, Baby! Komm herein! Okay, jetzt setzt einer der Leichen an der Tür Blottscheins Maske auf. Das sollte sie dazu bringen, dich reinzulassen. Kammerwiebesinn abfallen! Komm her, du riechiger Ketzer! Du hast dich mit der Falschen angelegt! Getötet von einem Bowser! Abhauen! Mit meinem letzten Atem zu, verfluche ich... Verständlich. ... ... ... ... Also, was soll ich hier? sie ist tot der kammerdieb hat blottschein ich bin unterwegs so schnell wie ich will zeit für eine kerbe ich kann ich kann Das kann ich brauchen zählt jemand mit Sohn, verschämt viel Versuch doch mich zu kriegen, Loser Die Mutter, also klar Wer auf der falschen Seite steht, stirbt Genau Ich sehe nichts Ja, mein Monitor ist dunkler als das, was ihr hier seht Von daher Wenn ich da mal wieder rein Wenn ich den den Eingang wieder finde Da Ja Ja